Es gibt heute ein paar Gebiete, die haben tatsächlich den ersten Schnee und hier gibt es auch Glätte im Berufsverkehr. Und das sind auch noch Gegenden, die das im Winter gewohnt sind. Und das, was jetzt passiert, ist komplett normal für die Jahreszeit, nichts Dramatisches und es wird auch nicht viel Schnee sein. Aber der Boden hat doch schon viel Kälte in den letzten Tagen aufgesaugt durch die frostigen Nächte. Und das heißt, der Schnee wird auch liegen bleiben. Wo fällt denn der Schnee? Wir haben zum einen hier in den östlichen Mittelgebirgen ein kleines Schneefallgebiet, das westwärts wandert. Auf der anderen Seite auch am Alpenrand, hier hat es ja in der Nacht geschneit. Und im Schwarzwald gibt es dann auch noch einen kleinen Schneebommel weiter nach Norden, so ist es Regen, im Harz Schnee. Und das sind die Schneehöhen, die da zusammenkommen von mindestens einem Zentimeter. Da sehen Sie, da bleibt nicht viel übrig. Im Harz gibt es einen Bommel, im Hochsauerland, dann Richtung Hohes-Wenn und in der Eifel. Auch noch im Hunsrück fällt etwas, im Schwarzwald, in den östlichen Mittelgebirgen, in Oberfranken und im Oberpfälzer Wald, sowie im Allgäu und im Alpenvorland, wie gesagt, Gebiete. Die kennen das, das ist ganz normal und da passiert nichts Dramatisches. Es sei denn, man fährt mit Sommerreifen. Die Temperaturen erreichen dann im Laufe des Tages Nachmittagswerte von minus zwei Grad in höher gelegenen Alpentälern. Das heißt, der Schnee bleibt liegen und von bis zu plus sieben Grad dort, wo das Seewasser ist, das ja immer noch wärmt. Dazu die Wolken- und Sonnenverteilung, im Norden noch ein bisschen Regen und Schneeregen, den leichten Schneefall in den östlichen Mittelgebirgen westwärts ziehen. Später kommt dann die Sonne heraus. Es ist insgesamt gefühlt doch ein winterlicher Tag, vor allen Dingen, was den Wind angeht. Am Nachmittag dann hier im Schwarzwald ein bisschen Schnee, von der unteren Donau kommt die Sonne heraus, ebenso im Nordosten. Aber der Wind wird das Thema sein. Wir haben dazu wenig Sonne, ein bis vier Sonnenstunden. In Kombination mit diesem scharfen Ostwind fühlen sich die Temperaturen wie minus fünf bis plus zwei, plus drei Grad auf der Haut an, also warm anziehen. Windig und kalt bleibt es dann auch noch am morgigen Dienstag mit ein bisschen Schnee von den östlichen Mittelgebirgen bis Niedersachsen.